Hallo, hier ist BibleTunes und die neue Staffel Bibel lesen mit Detlef. In unserer heutigen letzten Episode zum Bibel-Experiment nehmen wir uns nochmal einen richtigen Lehrtext von Paulus vor. Aus dem Epheserbrief. Der hat es so richtig in sich. Zwölf Verse und diese zwölf Verse in Epheser 1, die Verse 3 bis 14 sind im Neuen Testament im griechischen Grundtext ein Satz. Also ein Satz von Paulus, der über zwölf Verse geht. Der hat es so richtig in sich. Der steckt voller tiefer Wahrheiten und Einsichten. Der ist reich angefüllt mit einem Reichtum des Himmels, mit einem Segen des Himmels. Und es lohnt sich, diesen Text zu lesen, damit zu experimentieren und diesen Reichtum herauszuholen aus diesem Text. Aber wie macht man das? Lass es uns mal gemeinsam probieren. Ich lese zunächst den Text. Du kannst ihn mitlesen aus Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Ich lese aus der Neuen-Gemfer-Übersetzung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Was für ein gewaltiger Text, oder? Ich bin mir sicher, dass man beim ersten Mal Lesen oder Zuhören gar nicht alles mitbekommen kann, was Paulus da reingepackt hat an Reichtum des Himmels. Geht gar nicht. Man hat den Eindruck, dass Paulus so im Schreibfluss ist, dass er so überwältigt ist von der Größe und von dem Reichtum Gottes in Christus, dass er gar nicht aufhören kann und einfach schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Und der Satz wird immer länger, immer länger, immer länger. Und man kann kaum mitlesen und mithören. Deshalb habe ich bewusst diesen langen Text ausgesucht, dass wir mal mit dem Bibelexperiment ausprobieren, wie gehe ich eigentlich mit langen Lehrtexten um? Okay, bist du bereit? Dann kommt jetzt die Möglichkeit, dass du selbst diesen Text hier nochmal durchliest. Wir machen eine kleine musikalische Pause. Du drückst auf den Pausenknopf, wie immer, und dann hören wir uns gleich wieder. Überleg dir, wie gehst du mit dem Text um? Wo spricht dieser Text dich an? Was nimmst du raus aus diesem Text? Achte mal auf die Formulierung in Christus oder durch Christus. Was schreibt Paulus hier? Welchen Reichtum haben wir durch oder in Christus? Los geht's! Wie war deine Zeit mit diesem Bibeltext? Welchen Reichtum hast du entdeckt? Was hast du dir alles aufgeschrieben? Ich kann dir sagen, mein Blatt ist voll. Ein Blatt hat nicht ganz gereicht. Es ist so viel da drin. Und das müssen wir da rausholen, diesen Reichtum. Ich nenne das die Bibel entpacken. Ich habe das an anderer Stelle schon mal demonstriert. Manchmal ist es so, dass der Reichtum, die Nahrung, die wir hier an dieser Stelle finden, versteckt ist in dem Text. Wir lesen über die Oberfläche des Textes hinweg und verpassen den Reichtum, verpassen die Nahrung. Deshalb ein leeres Blatt Papier und die Nahrung rausholen, die Bibel entpacken. Ich habe einen leeren Zettel genommen und habe wie so ein Mindmap daraus gemacht, durch Christus in die Mitte geschrieben und dann eingekreist und dann bin ich den Text nochmal durchgegangen und habe Schritt für Schritt den Text entpackt. Und immer wenn es heißt, durch Christus oder in Christus haben wir dies, haben wir das, ist das passiert, habe ich es rausgeschrieben. Und so ist dieses Blatt voll geworden mit dem Reichtum, den ich, den wir in Christus haben. Probier das mal aus. Es ist wunderschön. Also komm, wir machen das nochmal gemeinsam. Wir entpacken diesen Text und holen uns die Nahrung des Himmels für unser geistliches Leben heraus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir, du und ich, in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Da haben wir den ersten Reichtum im wahrsten Sinne des Wortes. Durch Jesus, wenn du mit Jesus verbunden bist, wenn du Jesus nachfolgst, hast du Anteil an der Fülle des geistlichen Segens in der himmlischen Welt. Wie cool ist das? Hier hast du einen versprochenen Reichtum. Das habe ich mir aufgeschrieben. Was ist das Nächste? Gleich Vers 4. Denn in Christus hat er mich erwählt, heißt es hier. Uns erwählt. Mich. Mit dem Ziel, ein geheiligtes und untadeliges Leben zu führen. Und zwar vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung von Himmel und Erde, hat Gott das schon geplant, das schon auf seinem Herzen gehabt. Wie mutmachend ist das? Das habe ich mir auch rausgeschrieben. Dann heißt es, Vers 5. Durch Christus hat er uns dazu bestimmt, hat er mich bestimmt, ein Sohn zu sein. Hat uns bestimmt, Töchter zu werden. Söhne und Töchter. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Also drei Volltreffer in den ersten Versen. Fülle des geistlichen Segens. Ich bin erwählt und ich darf Sohn sein. Du darfst Sohn oder Tochter sein. Gott hat uns dazu bestimmt. In Jesus. Das ist wirklich Reichtum. Und dann geht es weiter. Er hat mir durch seinen geliebten Sohn seine wunderbare Gnade erwiesen. Diese Gnade, die einfach bedingungslos ist. Dann Vers 7. Durch ihn bin ich erlöst. Ich bin erlöst durch Jesus, durch sein Leiden und Sterben, durch sein Blut. Und meine Verfehlung sind vergeben. Das ist wahrer, echter Reichtum. Dann das Nächste. Er hat mir Weisheit und Einsicht gegeben in seine Pläne, hat mich die Geheimnisse wissen lassen. Ich habe Einsicht in Gottes Pläne und er hat beschlossen, durch Christus alles zu verwirklichen. Ich weiß also in meinem Herzen, dass Gott seine Ziele erreichen wird. Durch Christus. In dieser Welt. Und auch in meinem Leben. So. Und so kannst du das weitermachen. Mit diesem Text. Bis zum Schluss. Ich meine, das Ganze gipfelt dann darin, dass Paulus sagt, wir sind durch Christus Erben. Wir erben. Wir sind. Wir erben das Himmelreich. Das sagte Jesus ja schon in der Bergpredigt. Und wir haben durch Christus den Heiligen Geist bekommen. Und der Heilige Geist ist nichts anderes als eine erste Anzahlung dafür, dass wir das Erbe irgendwann vollumfänglich bekommen werden. Das ist so genial. Was meinst du? War das genug geistliche Nahrung für den heutigen Tag? Ich denke schon. Und weißt du, was wir jetzt tun sollten am Ende unseres Bibel-Experiments? Eins. Wir sollten Gott loben und preisen. So wie Paulus uns auch einlädt in Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja. Und jetzt kannst du dir deine Liste vornehmen. Und für alles, was du an Reichtum durch Christus geschenkt bekommst, kannst du Gott danken. Und nochmal konkret werden. Danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe. Für deine Erlösung. Für deine Erwählung. Danke, dass ich Sohn sein darf. Tochter sein darf. Danke für das Erbe. Danke für den Heiligen Geist. Und, 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 und. Du kannst gar nicht mehr aufhören am Ende. So wie Paulus kannst du nicht mehr aufhören, Gott zu loben und zu danken. Ja, es lohnt sich, die Bibel immer wieder zu entpacken und immer wieder den Reichtum an Nahrung für unser Leben zu entdecken. Und, 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 und. Untertitelung des ZDF, 2020